GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh oh, Baustellenankündigung. Geißte. Ich bin nicht dem Typen, weil er zu scharf gebremst hat, hinten reingeknallt. Und die Polizei hat's gesehen. Och Gott, die Baustelle ist auf meiner Spur und ich muss mich links einordnen und hier ist natürlich überhaupt kein Platz. Super. Die kommen aber auch von ProMods, ne? Ah. Ah, der lässt mich hier rein. Cool. Ja, Fahr! Ich lass dich doch rein da vorn! Fahr! Ja! Aber für ein Random-Event ordnen die sich voll spät ein. Näh. Ist nix heizen. Ja. Hast du Geschwindigkeitsbegrenzer drin? Warum? Auf wofür begrenzt der dich denn? Echt? Moment, wo kann ich den nochmal einschalten? Option. Weil, dann muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Ah, und dann... Und dann kann der nur 90? Wow. Ich aktiviere den Geschwindigkeitsbegrenzer, um 90 zu fahren. Hab hinter mir die Bullen. Und dann kann der nur 90? Und wer hat direkt abkassiert. Ich fahr jetzt 79. Boah. Ne. Ne, auf der Autobahn. Ich glaub 80 hier. Ich fahr jetzt 85, da würde mich ja keiner für aufschreiben. Ja, ja. Egal, ich kann's mir leisten. Ist das Multiplayer-Profil. Och. Ich glaub, wenn ich's richtig gelesen hab, 92 Millionen. Ha, 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 ha. Ja, ne? Na ja. Es sind Chris und Andi schuld. Fahren wir mal den LKW kaputt im Multiplayer. Na ja. Ich vertraue denen ja. Ja, genau. Oh, da stand bis bald. An der Autobahn. So nach dem Motto, jetzt darfst du hier aus der Kurve schießen und nicht kaputt fahren. Bis bald. Boah, jetzt weiß ich, warum ich so selten ETS spiele. Ich muss mich hier an Geschwindigkeiten halten, doch. Oh, das stimmt. Ah, Lichthupe. Jetzt hab ich den Knopf auch wieder gefunden. Ja, ich merk grad, ich fahr viel zu oft, viel zu oft auf der, auf der Linie. Könnt mich mal ein bisschen mehr so in meiner Spur bewegen. So ein bisschen. Mit Wohnwagen. Also Parkplatz ohne Wohnwagen ist kein guter Parkplatz. Ja. Ihr habt die Müdigkeitsfunktion eingeschaltet, ne? Ich auch nicht. Ich werd nicht müde. Bin Terminator, äh, Terminator-Bert. Bin der Gerät. Weißt du? Dass ich mal wieder ETS fahre. Dann auch noch Singleplayer. Und auch noch mit euch. Was? Wir waren für 18 Uhr verabredet. Wir haben es... 20 vor 8 haben wir es geschafft. Das ist so eine gute Zeit. Und dann fahr ich die nächste Raste raus. Ja, ich fahr die nächste Raste raus. Nimmst du denn jetzt noch auf? Wolltest du deinen ETS mal neu starten, oder was? Mhm. Ja, ich fahr jetzt auch an der nächsten Tanke raus, Nick. Also brauchst du jetzt einen Neustart, oder nicht? Alter, mich überholt ein LKW auf der linken Spur? Ich fahr 85. Ah, jetzt bin ich auch noch falsch abgefahren. Ach, jetzt bin ich falsch abgefahren. Ja, jetzt fahr ich andersrum. Ist egal. Hauptsache es ist berg. Ich bleib auf der Autobahn. Nein. Alter. Alter. Weißt du? Weißt du? Ohne Scheiß, dein Ernst. Jetzt habe ich hier keine Raste, oder so, wo ich rausfahren kann. Ernsthaft. Na, hier ist keiner. Hinderungsgrund. Ja. Ja, genau. Ich habe gerade gelesen, Kreuz-Holland. Ach, hier kann ich dann wieder abfahren. Gut. Gut. Alter. Ich hätte unten auf der Bahn bleiben können. Wie oft zum Teufel fahr ich heute noch falsch ab. Das ist doch nicht wahr. Ich fahr jetzt mal ein bisschen schneller. Kann ja eh nur 90. Wie falsch bin ich denn? Mal gucken. Hallo, Karte. Ach, so falsch bin ich gar nicht. Ich fahr jetzt. Hier einen Bogen. Okay. Aber hier kommt weit und breit keine Raste. Was denn, Nick? Brauchst du jetzt eine Raste? Dann machen wir einen Cut. Nick? Na gut, dann fahr mal weiter. Na gut, dann fahr mal weiter. Zufahren. Ich habe beide genutzt. Ja. Hm? Ja, ja. Ich glaube auch. Das ist halt auch blöd. Ich kann die Autobahnschilder nicht lesen, weißt du? Für mich wäre im Pro-Mod so ein Navigut, das wirklich mit mir spricht. Na dann sagt er, fahren sie am Dreieck bla 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 ab und ich denke mir, toll, kannst die Autobahnschilder nicht lesen. Wo muss ich denn jetzt abfahren? Ja. So ungefähr. Meinst du? Sie fahren in die falsche Richtung. Nein, ich fahre nicht in die falsche Richtung. Ich fahre einfach nur gesellschaftlich unverträglich. Ja. Obwohl ich dann eigentlich ja sehr entgegenkommend bin, ne? Ja, die wissen das einfach nicht zu schätzen. Ja? Ja, ich nutze einmal das Navi vom Gania selber und einmal das Navi unten rechts. Aber ich hätte lieber eins oben, so wie du das hast. Muss ich mir mal installieren. Ja, muss ich mir mal installieren. Das wäre sinnvoller für mich, als immer nach rechts zu gucken, weißt du? Ja. Oder am Essen. Ja. Ja. Ich auch. Ja. Genau. Dann machen wir einen Cut. Bis gleich. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.